Hallo, wir machen weiter mit Assassin's Creed Rogue. Wir sind nach dem Spawn wieder in eine Schlacht gekommen. Ich habe schon ein kleines Kriegsschiff besiegt. Und zwar mit Kämpfen gegen die Assassine. Jetzt mache ich den noch zu grösseren. Das ist wahrscheinlich das gleiche wie wir haben. Ich schieße mich noch vor den Bauch. Nein, jetzt verfehle ich ihn. Sollten wir eigentlich mehr Druck? Um den Schaden zu minimieren. Aber dann schaffen wir auch so. Drucken. Äh, zu früh auf. Ich arbeite immer nicht. So. Nein, ich habe ihn jetzt gerade versenkt. Nein, oder? Dann holen wir ihn. Was ist jetzt los? Entern wir jetzt den Haufen oder nicht? Ja. 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 Hier wäre wichtig. Hier wäre schon mal... Der Käpt'n ist schon tot von hier. Warten wir dann. Kann ich noch einen abschiessen? Jawohl. Netz für euch. Ein bisschen grössere Crew als sonst. Ein bisschen viel bewegen ist gut. Die Kreise sind ein. Jetzt ist es schon so weit. Ja, so gut. Geh rein. Das ist schon nicht zu grosses Schiff. Das nehme ich in meine Flotte auf. Es gibt so viel Geld. Er muss reparieren. Schade, das war eigentlich ein gutes Schiff. Ja, das machen wir. Im Moment ein bisschen Bock auf Enten von anderen Schiffen. Schiff. 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 Okay. Ich möchte noch gerne meine Flotteplätze vergrössern. Nein, nein, nein. Dann kann ich zwei Schiffe aufnehmen. Dann gibt es noch Geld. Dann kann ich die Schiffe endlich verbessern. Ich müsste noch auf die Jagd, damit ich seine Ausrüstung endlich verbessern könnte. Das Lenken knapp nicht. Die Bomben habe ich noch nie gebraucht. Das hat auch nicht wirklich geklappt. Das Lenken knapp nicht. Dann schafft das Quartier gar nicht. Das ist eine schwere Kugel. Vielleicht probieren wir die Kugel. Das ist eine schwere Kugel. Das ist eine schwere Kugel. Gut. Dann kommt der Knausi. Ah, das ist eine gute Flotte. Kann ich die? Ja. Nein! Die holen wir uns dann. Es sind zwei, drei Schiffe. Das wäre geil. Das ist eine schwere Kugel. Oh, die freuen. Das ist ein Schwere Kugel. Oh, die schauen. Wir haben uns getroffen! Feuer! Das ist die Schwarzstelle! Feuer! Feuer! Wir müssen noch einen verpassen. Dann gehen wir mit dem mit. Feuer! Feuer! Das ist schon mal alles, oder? Das ist sicher auch bei dem noch einen. So, das ist schon ein Schiff zum Plünderen. Feuer! Wir müssen anstecken! Feuer! Feuer! Laden noch nah! Feuer! Ah, die Grosse muss ich näher. Feuer! Feuer! Wir müssen aufpassen! Besser sind gut bewacht! Ducken! Die ist schwer hineingehauen. Feuer! Da müsst ihr sie treffen! Feuer! Das sind die Schwarzstelle, Käpt'n! Feuer! 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 Oh, jetzt kommen die Assassine auch noch! Shit! Feuer! Gerne ist schwer. Auféta machen wir windunglos! Wir den Park система zu ziehen. Mehr damit könnten wir ihn jetzt nehmen. Feuer! Feuer! Das박fakt! Du stellst Hindu! Bei seinen Schwarzpunkt vor Jetzt kommt nochmals eins da vorne. Nein, das ist zu viel. Was mache ich jetzt? Ich arbeite nicht gegen so viel. Ich habe Mühe mit der Steuerung. Das geht nicht so. Achtung! Jetzt... Die haben wir schon mal. Das Problem ist, dass er nicht abschütteln will. Der hat jetzt viele Schiffe zum Entrücken. Jetzt holen wir den ganz kurz den zum Reparieren. Gut. Sofort der Puckel. Als Puckel wäre. Zwei sind schon mal weg. Zwei sind schon tot. Sechs. Nur noch vier. Wieder reicht es nicht. Zwei sind. Zwei sind. Natürlich. Das macht... Entschuldigung. Durch die Matze. Wieder flicken. Zwei grosse Schiffe können. Von vorne. Schauen wir mal, ob sie jetzt alle weg sind. In diese Richtung, oder? Jetzt habe ich es alle verloren. Keine Ahnung mehr, was die jetzt hören sind. Das ist ja alles nicht die Schiffe von der Fahrt. Das ist noch das Gefangene-Chef. Das ist ja alles gut. Das ist ja alles gut. Das ist ja alles gut. Das ist ja nicht richtig. Das ist ja alles gut. Ne, ne. Das ist ja nicht die Schiffe von der Fahrt. Jetzt funktioniert mein Packelgewehr nicht mehr. Jetzt kommen wieder jähnste Schiffe. Dann kommen sie aus allen Ecken raus. Das wollen wir auch noch endgültig vernichten. Wow, das ist wirklich komisch. Du greifst ein Schiff und dann kommen 5-6 Schiffe auf allen Seiten. Aus dem Nichts raus. Und wenn sie ein paar Meter entfernt sind, sind alle wieder weg. Das ist ja alles gut. Jetzt holen sie zuerst die kleinen Schiffe weg. Na, Käpt'n! Feuer! Direkt zu Feuern, Sir! Feuer! Und er hat uns erwischt! So. Das sollte eigentlich geschafft sein. Und es wird eben nach hinten wieder gesetzt. Schon kamen die Schiffe. Jetzt kommen sie wieder alle. Feuer! Wir müssen einstecken. Wir müssen einstecken. Für dich Feuer! Zustatt! Ah. Feuer! 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 Das Aufpassen, hinter mir kommen wir wieder. Seine, sind wir nicht im Sichtfeld. Einer, Feuer! Feuer! Aber rechts ist auch schon wieder einer da. Wir rammen die mal. Warum dreht er jetzt Zappi? Weil der Ramme. Das war schon klar. Jetzt bin ich mitten in diesen Eisbergen. Jetzt kommt schon der nächste. Scheisse. Das darf nicht wahr sein. Ich muss wieder weg. Der hier ist auch flach gelegt. Ah. Das ist wirklich zum Kotzen. So sollst du das schaffen mit diesen Säen schlachten? So. Stopp. So. 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 Ah, Drucker. Nicht viel. Die nehme ich von vorne. Passiert auch nichts. Dann gebe ich mit der grossen Kugel mal. Schau, ob das etwas bringt. Schau. Nein. Abdrehen. Dann versenkt es. Der schießt hier noch. Ich dachte, den habe ich. Scheiße. Jetzt kommen wir noch mehr. Ich weiss also nicht, wie man das mit diesen Seeschlachtern machen soll. Einfach 20 Schiffe angreifen, ist schwierig. Das ist überlegt. Die greift auch sofort an. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich habe das Boot noch nicht verbessert. Die Harbunen. Das könnte schwierig werden. Und jetzt. Muss ich noch mehr ersetzen. Was? Oder was? Das schliesst mich aber in alle Eisberge hinein. Ah. Was? Wo stehst du, du Bastard? Gesehen aber nicht. Was? Und jetzt? Und jetzt? Nein! Ich bin zwar verwischt, aber... Ich kann nicht schiessen. Ich kann nicht schiessen, weil ständig... ...eisberge hinein. Schiess das Tier. Und schon wieder. Endlich wieder Treffer. Und jetzt? Was? Mit Starbump acá? Der ist gefährlich. Und so ist sie? Schwierig hier zu treffen. Wenn du das nachher hast. Sehst du nichts hier? Ist das sicher hier? Oder nicht? Wie soll er das geben? Jetzt habe ich keine Harpoonen mehr. Die Schiffe fallen hier unter. Das ist wieder ein Vollerfolg. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Oh, ist das ein Spass. Jetzt Frischfleisch, Sir. Ja, lege mir den Arsch mit deinem Frischfleisch an. Hier gibt's frisches Fleisch, falls euch nach Jagen zumute ist Käffn. Ja und? Was ist da vorne? Jetzt sind wieder genau zwei da. Jetzt greifst du mich schon an oder was? So. Eigentlich will ich diese greifen lassen. Oh, die haben ich übersehen. Die haben ich voll übersehen. Puh, die gaben ist du. Okay. Ich bin jetzt hier. Okay. Ich bin jetzt hier. Okay. 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 Jetzt ist die Steuung ganz komisch hier. Es ist immer strange, wenn es so wird, wie hier die Kälte nehmen. Jetzt geht es so. Es war ganz hakelig und hat nicht richtig reagiert. Das merkst du extrem. Da hast du das Gefühl, du kannst machen, was du willst. Das Kälte hat. Das Center-Manöver ist einmal abgelehnt. Es ist komisch, dass sie mich entern können. Einfach so. Ich muss sie zuerst runter schiessen. Jetzt ist sicher das grosse Schiff da vorne weg. Jetzt kommt die Werte. Nein, es ist noch hier. Ich verpasse jetzt auf alle die Breitzeiten. Ich verpasse jetzt. Ich weiss. Sind sie schon? Ja, ich kann sie entern. Jetzt kommt der andere auch noch. So. Jetzt können wir wieder diese Scheissschiffe. Jetzt probieren wir gleich zuerst. Jetzt entern. Vielleicht geht das. Ohne dass sie beschossen würden. Das ist wichtig. Cool. Wir haben schon 3. 3 von 15 sind weg. 4. 4. Das Schiff fällt nicht mehr in meine Crew. Nein. Wir verfehlen nur. Jetzt kommt der. Wie war ich mit schnell umgekehrt? Wow. So. Die Hälfte ist schon mal geschafft. Ja, der Kopf. Den hole ich nicht mehr. Äh. Jetzt greift der Stadt ja eigentlich. Die Richtung vom anderen drückt. So. Das habe ich falsch gemacht. Wenn du das Schiff klar hast, musst du es sofort entern. Hm. Zur Flotte senden. Das ist recht okay, das Schiff. Sicher grosser Frachtraum. Was habe ich falsch gemacht? Wenn du das Schiff runtergeschossen hast, sollst du... ...sofort... Oh, da ist noch eins hinter mir. Feuer! Whoa, da kann man von zwei Seiten so. Riesenchef. Wo ist das? Jetzt ist es verschwunden, ist das so schnell gesunken? Die meisten sind die Wellen. Oh, jetzt ist da vorne auch noch eine Schlacht. Feuer! Ich bin mehr abgedacht! Feuer! Pass auf! Feuer! 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 Ich habe meine Kugeln noch verbessert. Sie sind immer noch zu schwach. Feuer! Jetzt wird es hier wohl einmal einen Mast abbrechen. Auf schöne Baugen. Feuer! Ich halte sie jetzt! So, das holen wir nicht mehr zuerst. Bevor ich da die nächste Schlacht stürze. Das holen wir doch auch in meine Crew. Das holen wir gar nicht mehr zu. Zeig dir! Nein! So, jetzt sofort drüber! Und da sind noch die Kundschafter. Und da sind noch die Kundschafter. Die Tüte, die ich jetzt beschützen soll, sehe ich richtig. So, jetzt sofort die Kundschafter holen. Was sind die? Welche sind das? Was sind die? Was sind die Kundschafter? Ganz oben. Bis der Schnalle. Das war clever. Ich komme hier rauf. Geht es hier rauf? Scheiße. Komm mal. So. Hm. Das ist gerentiert. Also. Das mache ich zu meiner Flotte. So. Was hat sie mich hergeschickt? Was ist das da vorne? Ist das das gewesen? Oder dort? Ich gehe mal zu denen. Und bevor. Ich habe keinen Platz mehr in meiner Flotte. Ich muss wieder einen Platz kaufen. Ich habe einen Platz. Ich habe einen Platz.